Für den Rest, für das andere, was du weiter im Biet hast, geht es einfacher, auf der Film einfacher, auf der Film einfacher. Gehst du einfacher zum Einkaufen, mit dem wir arbeiten. Jetzt bin ich mittlerweile skeptisch. Ja? Ja? Ich bin nicht glücklich. Ich bin nicht glücklich. Ich habe gewusst, dass du das aufnehmen kannst. Ich habe das gemacht und habe es schnell geholt. Normalerweise bin ich viel länger davor. Ich verwerfe viel in mir, was ich aufzählen kann, dass ich das Geld anders mache. Jetzt habe ich das ganze Verfalle gegeben. Damit du so etwas anscheinend hast, für deine Aufnahme. Ja. Aber dann erzählst du mir deine Realität. Nein, die will ich dir gar nicht sagen. Ah, okay. Ja, für das findest du jetzt mal ein Problem.